Jetzt 80 Meter ohne einen einzigen Spiegel. Beides sind fit, das haben wir gesehen. Sebastian bringt ein bisschen weniger mit. Obwohl er gar nicht nur aussieht. Man denkt eigentlich, der wäre ein bisschen kräftiger, aber optisch nicht auf der Waage. Oder die haben geflunkert, aber ein Bachelor wird doch nicht flunkern. Das kann ich kaum glauben. Das ist ein ganz schöner Aperillo hier, Sebastian Panek. Und sportlich obendrein ist er. In einem durch. Der will den Sieg hier. Ja, sieht ganz so aus. Schon bei den Schnüren. Auch hier Durchmarsch gewesen. Ja, noch am Brett hat er. Sebastian beim ersten Pilz. Nein. Oh, das war nichts. Jan bei den Seilen. Das kann noch mal spannend werden jetzt. Er wirft sich ins letzte Seil hinein gewissermaßen. Jetzt sind beide gleich auf. Jetzt kommt es drauf an, wer hat die bessere Technik. Beide über 1,80. Da kann man auch laufen. Sie versuchen es trotzdem zu bleiben. Versuche stabil zu bleiben. Er zieht sich noch. Er will es nach Hause springen. Er will es nach Hause springen. Nimm den Weiten, um auf Nummer sicher zu gehen. Weiter hast du drin. Sebastian ist im Ziel. Gewinn gewinnt jetzt 2,13,27.